Klum Weihnachts-Sause für die ganze, crazy, Familie-Ausrufe-Zeichen. Identische Schlafanzüge, ausge-flippte Mützen und jede Menge Spaß in den Backen. Das, was hier beschrieben wird, ist nicht etwa eine Teenager-Pyjama-Party. Nein, so ausgeflippt feiert Heidi Klum Weihnachten. Ihre Pyjamas? Identisch, mit ausgefuchstem Weihnachtsmann-Print. Ihre Mützen? Individuell, jeweils mit dem Namen des Trägers bestickt. Ihre Laune? Wunderprächtig. Bei der Christmas-Party mit Heidis Liebsten wird sogar der Weihnachtsmann neidisch. Und Göttergatte Tom Kaulitz? Steht, ganz der brave Ehemann, an der Pfanne. Vorbildlich. Auch Piercing-Freund und Kaulitz-Bruder Bill versucht sich am Herd. Klum-Dochter Leni bleibt lieber im Hintergrund und nimmt das Pfannenspektakel mit dem Handy auf, ganz die Mama. Altbackene Rollenverteilung im Hause Klum? Kommt nicht in die Geschenketüte. Für den tollen Einsatz drückt die GNTM-Moderatoren ihrem Herzensmann dafür nen dicken Schmatzer auf Punkt Punkt. Unterdessen machen sich die Klum-Kinder Leni, Lu, 12, Henry, 16, und Johann, 15, lieber über die Geschenke her. Prioritäten? Perfekt gesetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017